Eine Sardine? Ich versuche es etwas einzuschränken. Sardine? Wenn dann auch wenn man jetzt einen Schluck oder mit dem Schluck werfen möchte. Ich versuche es, dass er mit den Schluck werden kann. Ich gebe es natürlich an die Schluck. Soll ich mirАt noch etwas kalt. Ich werde es mit den Schluckwerf fernher Heroes Mario in der Schluckwerfen und machen. Kann ich nicht malen, wenn ich mit dem Schluckwerf fernher. Ähm, äh, also, wie gefällt Ihnen Hinckleyhills? Wir alle lieben es, nicht wahr? Ja. Äh, Klopek? Was ist das, slawisch? Nein! Heute sind wir aber gar nicht verkrampft, Ruby. Wie gefällt Ihnen das Leben in unserer Ecke? Ein ziemlich komfortables Haus. Gute, solide Wände. Guter, solider Fußboden. Oh. Da haben wir doch nicht jemanden im alten Keller festgebunden, Ruby. Es ist der Packstabverzeihung. Das ist der Packstabverziger, der immer noch ein paar Sekunden ist. Das ist der Packstabverziger. Was ist der Packstabverziger? Das ist der Packstabverziger. Als wir das, dann ist das, dass wir uns um die Sekunden sind. Also, ich glaube, es ist der Packstabverziger.